Damit willkommen zurück zu einer neuen Folge von Unravel. Wir befinden uns jetzt gerade vor dem Level unten im Loch. Schauen wir mal rein. Ob wir dort auch alle Geheimnisse erwischen? Wir sind wieder im Wald? Ja. Nee. Ach, der wurde abgeholzt, ne? Oder, naja, nicht ganz, aber das ist auf jeden Fall ein großes Stück, was weggemacht wurde. Da ist schon wieder die Spinne, geh weg. Das fehlt so ein bisschen, dass man nach oben gucken kann. Jetzt hier haben wir wieder sehr, sehr düster. Bin ich aber ungekippt. Da komm ich auch nicht mehr hoch. Gut zu wissen. Och, jetzt ist er... Natürlich. Natürlich. Obwohl, wir können ja nicht frieren. Aber er geht ein bisschen so. Glitzert da was? Da glitzert was. So ganz klein und minimal. Fast nicht gesehen. Ich sag ja mal, man muss hier so aufpassen. Ohne Erinnerung. Oh, wir wurden abgeführt. Oder einer von... unseren Leuten. Familienmitgliedern. Aha. Ich wollte nur mal gucken, ob das so geht. Aber dann muss ich wahrscheinlich... Warum? Was ist denn da oben? Warte mal, da komm ich nicht dran. Warum komm ich da nicht dran? Okay, das geht so nicht. Aber andersherum willst du auch nicht... Ich bin schwerer als das Ding. Man glaubt es kaum. Boah, da ist auch noch was. Oh, hier gibt es viele Dinger. Dann kann ich mich schon mal hier hinstellen. Und dann mal einmal rüberjumpen. Dann kann ich mir einen kleinen Faden mal wiederholen. Verliere ich den Faden auch nicht. Ah, ha, ha. Aber irgendwie... Ich wollte nur mal gucken, ob es da was gibt. Das sollte ich besser machen mit Schwingen immer. Aber hier gibt es nichts. Okay, gut. War eigentlich nicht gut. So, jetzt nach oben. Ah, und jetzt komm ich da hin. Okay, alles klar. Ist ja nicht so, als hätte man einfach da durch den Zaun gehen können. Oder durch das Gitter. Also durch das Tor, besser gesagt. Dich kann ich nicht schieben, ne? Du bist zu schwer. Du bist viel zu schwer. So, jetzt reicht's mir. Da oben ist was. Das war jetzt bestimmt die falsche Richtung, die ich genommen hab. Ja. Deswegen geh ich jetzt nochmal zurück. Weil ich hab nämlich nicht mehr so viel Schnur. Und ich nicht glaube, dass es hier weiter geht. Sondern hier wird es was geben zum Einsammeln, oder? Ah, ich denke schon. Ne, hier gibt es Schnur. Eine Schnur, strakste Schnur gibt es hier. Vielen Dank dafür. Ne, hier gibt es sonst nichts. Höh! Da haben wir wieder eine Erinnerung. Oh, hier haben sie Müll entsorgt. Giftmüll. Warte mal. Oh, ist das zu schwer? Ist das... Hey. Ich dachte eigentlich, das könnte ich auch öffnen. Aber nein. Jetzt sammelt das jetzt ein. Das ist doch mal ein bisschen schade. Ach, das brauchte ich nur, um hier hochzukommen. Oh, bis jetzt noch kein Sammelstück. Das ist nicht so toll. Wofür ist der denn? Aha, ich weiß schon. Jetzt bin ich... Jetzt bin ich fertig. Toll. Ganz toll. Oh, Mann. Und jetzt starte ich auch noch hier. Das war ja eine Phase, dass sie mich echt weggemacht haben. Noch fest. Ja. Okay. Und bis nach dahin. Und jetzt hoppsi, hoppsi. Ah, das ging nicht. Okay, erstmal gucken, komme ich? Ich komme so nicht dran. Okay. Aber das Problem ist, jetzt habe ich den gleichen Fehler wieder gemacht. Schön. Oh, hier wird es richtig giftig. Dürfte mehr, aber eigentlich doch nichts mehr... Obwohl, ich bin Wolle. Boah, das war knapp. Ah, da haben wir ein... Äh, 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 nein. Ein Sammlerstück. Eine Flasche, die brauche ich jetzt nicht. Jawohl. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Erste ist oder das schon das Zweite. Ähm, weil da kam die ganze Zeit nicht. Die brauche ich nur, um rauszukommen? Ja. Anscheinend schon. Platsch, platsch und hepp. Huch und hepp. Und... Wird eigentlich da drauf. Äh, lass mir mal ein bisschen... Ein bisschen Seil. Schaffe ich den Sprung? Äh, so nicht. So, aber... Boah, jetzt werde ich aber fast runtergeplumpst. Ich wollte eigentlich nämlich gucken, ob es hier oben was ist, aber hier ist nichts. Also werde ich mich erstmal... Hey! Warum hält der sich denn jetzt da nicht fest? So, machen wir es so. Auch egal. Okay, was geht ab? Ja, okay. Das heißt, wir brauchen das Ding schon mal. Und müssen das schon mal wieder transportieren. Ist hier was drin? Hilfe! Einmal hier. Und einmal da. Die Frage, wo wir das hin müssen. Ja, okay. Also werde ich das brauchen. Ach so. Ja, klar. Jetzt war ich kurz mal, ähm... Naja. Liegt nicht so. Aber ich sehe jetzt überhaupt nichts. Werde mich ja auch jetzt... Äh... Oder muss ich da aufs Fass? Moment, Moment, Moment. Aber den Sprung würde ich gar nicht schaffen. Da unten ist so ein kleines Stück. Ob ich mich daran... Nein, kann ich nicht. Kann das in Schwung setzen. Das war's dann aber auch schon. Und die Fässer komme ich, glaube ich, nicht hoch, ne? Nee, die komme ich nicht hoch. Da ist noch eine Schnur. Das heißt, ich muss mich... Oh. Ich muss mich komplett hier rüber schwingen, ne? Oh, yo. Mach doch nicht so ein. Na, geh mal richtig da rein. Ich fall nämlich genau in die Lücke rein. Da oben. Was? Komm ich da nicht hoch? Nee, ich komme da nicht hoch. Kann ich mit dem Sprung... Nee. Kommt da noch was? Kriege ich noch etwas? Kann ich noch was mitnehmen? Hier, den Stopp. Kann ich dich rausschieben? Oder kann ich ihn ganz, ganz... Ach, ich wollte das ausprobieren, ob ich da rein kann, aber geht nicht. Ach, ich bin ja blöd. Ich könnte ja eigentlich versuchen... Was ist denn jetzt kaputt hier? Warum ist er denn jetzt hier? So könnte ich das nämlich eigentlich machen? Aber es geht auch nicht. Was ist los? Warum steht denn so komisch da? Ach, wegen dem... Geht das wegen dem Stamm nicht? Ist das richtig? Ja, ne? Ja, ne? Ja, ich dachte jetzt vielleicht mit dem, aber... Wie komme ich denn an das Ding dran? Also, manchmal verstehe ich das Spiel einfach nicht. Also, wirklich nicht. Manchmal verstehe ich es einfach nicht. Jetzt ging es sofort und... Holy shit. Ich verstehe es manchmal einfach nicht. Das ist genauso wie mit dieser einen, wo ich da an dem Berg war. Willst du unbedingt, dass ich mit dir runterrutsche? Ich bin ganz leicht. Ich bin ganz leicht. Ich bin ganz leicht. Okay, aber wie komme ich jetzt da rüber? Kann ich mir einen Stein mit... Der Baum kippt? Ja, natürlich. Ich hätte auf den Großen warten müssen, oder was? Holy shit. Und jetzt? Oh, natürlich. Ganz klar. Ja, das lief doch super. So zwei Dinge habe ich jetzt schon. Weiter geht's. Komm, ich darf ich? Nee. Oh, da muss ich ja bestimmt irgendwas wieder öffnen, oder so, ne? Hier muss ich hoch. Damit. Was bist du? Knoppeck? Okay. Ich baue das Paket auf jeden Fall einmal, um hier hochzukommen. Und irgendwo mich hier, zum Beispiel hier, festzumachen. Und dann brauche ich das Paket einmal unten. Und wahrscheinlich das auf den Knopf... Ah, nee, so hoch kriege ich das nicht, oder? Doch. Doch, 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 doch. Supi. So brauche ich das. Und dann kann ich mich nämlich jetzt wieder hier hochziehen. Null Problemo. Und hier muss ich mich ver... ... ...binden. Strom. Oh. Ja, nice. Da glitzert auch was oben auf der Lampe. Ah, noch ein Stück. Jawohl. Aber wie komme ich jetzt da hin? Wobe was schwingen? Boah, nee, das geht nicht. Das ist zu weiß. Toll. Prima. Das hat ja super geklappt. Kriege ich das jetzt überhaupt noch hin? Jetzt komme ich nicht mehr auf die Leiter drauf, oder? Nee, ich komme jetzt allen Ernstes nicht mehr auf die Leiter. Oder komme ich so auf die Leiter nochmal? Mal eine kurze Pause. So. Ach, jetzt fange ich aber auch wieder von hier an. Ja gut, dann probiere ich erst mal... ...bevor ich das jetzt wieder so mache... ...probiere ich das erst mal... ...mit der Leiter und dem... ...Geheimnis, dass ich da dran komme. Also in der Hoffnung, dass ich da dran komme. Wir haben Strom. Warte, was machst du denn? Gut, das kann ich schon anstöpseln. Das ist nicht das Problem. Ich springe viel zu früh ab. Viel zu früh ab. Ich muss da einfach nur stehen bleiben drauf. Oder reicht das dann auch nicht? Schade, dass ich oben nicht speichern kann. Das ist ja einfacher. Anstatt dieses Mal das schwere Paket... ...hin und her zu schleppen. Verdammt, doch mal. Schwupps. Schwupps. Und hups. Ah. Ich bleibe jetzt mal drauf stehen. Jawohl. Okay. Wieder viel zu eilig gewesen die ganze Zeit. Viel zu eilig. Viel zu eilig. Mehr mit Geduld. Oh, das haben wir auch schon mal drin. Und jetzt ist natürlich die Frage... ...was passiert? Ach, da oben ist noch eine Kette. Oh, das geht jetzt gar nicht, ne? Kurz testen. Ah, habe ich mir gedacht. Aber jetzt muss ich das Geheimnis... ...wenn ich es nicht mal einsammeln. Also war schon ganz gut, wie ich das vorhin gemacht habe. Hier liegen ja auch überall Kabel. Das heißt, ich muss mich nämlich gleich... ...da an der Kette rüber... ...ähm... ...schwingen. Dann kann ich schon mal das Paket draufpacken. Und dann ist das schon mal fertig. Ach, ich wollte jetzt gerade sagen, wie ich blöd... ...ich komme ja gar nicht mehr hoch. Aber nein, ich habe mich ja befestigt. Stimmt. Soll ich trotzdem nochmal einmal... ...sicherheitshalber gucken? Ja, ist weg. Alles gut. Boah, ich dachte schon, das geht nicht. Ist da auch einer dran? Ja. Lässt er sich fallen? Da, mitschwingen, 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 mitschwingen. Brauche ich das Paket noch? Oh, das war blöd. Was ist denn, wenn ich jetzt... ...das runterschiebe, wenn der oben ist? Ey, das ist ja blöd gemacht. Warte mal. Ne, er fällt sofort wieder runter. Okay. Hä? Da hoch komme ich nicht. Ich kann doch nicht schwingen hier. Was? Doch. Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Uh. Oh, das wird immer düsterer. Oh, ihm geht es nicht gut. Den brauche ich nicht. Hallo? Das ist die Nummer 3. Muss ich da was rausziehen? Ne. Ach, ich muss den Helm mitnehmen, ne? Wer? Wo? Ja, aber ich muss ihn mitnehmen. Helmi, Helmi, Helmi. So schwer. Obwohl, wofür? Ach so. Ich muss den auch weiter mitnehmen. Na klar. Na klar, na klar, na klar, na klar. Okay, gut. Ja, ja. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Habe ich am Start. Helm ist da. So. Bitteschön. Oh, oh. Das sieht nicht gut. Ah, das ist ein Bagger. Alles gut. Das kommt nicht runter. Da oben ist ein Helm. Äh, Hebel. Äh, Helm. Komm ich da hin? Eine Kiste. Boah, selbst die kann er ziehen. Der ist stark, der Kleine. Der ist stark. Aber. Ich weiß jetzt hier gerade echt nicht, was ich machen muss, weil. Ich komme da ja gar nicht hin, bis da oben. Ach so, natürlich. Ja, bist du? Ne. Ich dachte, das wäre ein Hebel. So, und hier mache ich, glaube ich, ein Fest mal. Obwohl brauche ich gar nicht. Da ist wieder neue Wolle. Dann bin ich ja sowieso da fest. Wo ist dahinter? Weil hier war ein Hebel. Erst den. Erst den. Jetzt hier hochziehen. Und dann den hier. Gut, das klappte doch schon mal gut. Haben wir jetzt hier noch irgendwo was versteckt? Ein Sammelstück oder so? Nö. Gut, dann nehme ich das doch mal wieder alles hier mit. Unten ist auch nichts, oder? Dass ich da jetzt durch den... Ne, da komme ich. Ne. Okay, nehme ich mit raus. Zack. Schön, alles einsammeln. Nehme ich mit, nehme ich mit. Ah, das kann ich nicht mehr mitnehmen. Oh. Oh. Und die werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder mitziehen müssen, ne? Hallo? Wo bist du denn dran befestigt? Mach mal ab. Mach mal ab. Was ich mir richtig gut vorstellen kann. Dass in der Schaufel... Was drin ist. Ne. Eiskalt nicht. Hätte ich mir so gut vorstellen können. Ach, das war's schon. Ey, das ist ein mieses Stück. Das war's doch nicht. Das geht noch weiter. Hat er jetzt gerade abgewunken? Wir haben gar nicht... Oh. Oh. Äh. Wir haben es nicht bekommen. Wir haben noch nicht mal... Ich habe eine Trophäe bekommen. Das war's. Okay, da muss ich wohl in der nächsten Folge nochmal rein. Und wenn es nichts Neues gibt, werde ich, äh... Zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten, kann ich ja noch gar nicht, ne? Doch, das geht. Aber mir fehlt jetzt das Emblem da, oder nicht? Das muss ich ja trotzdem bekommen. Damit ich die Erinnerung, damit ich die Erinnerung eintragen kann. Ich guck das nochmal. Ich guck mir das nochmal an. Ich sag, bis zur nächsten Folge. Ich will das mal echt mal ausprobieren. Dafür muss ich, glaube ich, aber erst mal wieder abmachen. Weil es hat mir nämlich nichts gebracht, dass ich, ähm... Ah, jetzt, warte mal. Es wird ganz kurz die Frage, bis wohin die Kiste, ne? Wie weit kommt das Ding runter? Bis hier? Ich versuch's mal. Weil da glitzert noch irgendwas drin. Ich dachte echt, in der Schaufel, das wäre sick gewesen. Aber, ne. So dachten sie sich so. Ne, das machen wir nicht. Ne, ne. Ah, ne. Darauf wird ja jeder kommen. Ah, das hat nicht gereicht. Das hat nicht gereicht. Höher. Und mit Schwung. Zack. Und... Epp. Ja. Da ist auf jeden Fall... Ist da was rausgefallen? Oh, das war... Das war jetzt richtig gut dann versteckt. Also das war... Puh, schwierig. Jetzt wäre ich fast draufgegangen. Nice. Das war jetzt super, ich würde sagen. Ich bin der Fall. Alles klar, das war doch... Das war jetzt.